Von den Ärzten zur Aufklärung auch noch mal zwei, drei Minuten eine wichtige Information für euch. Hallo zusammen, ich erbiete einen Gruß aus Hamburg am 18. März. Hilf ruhig, ihr Schweine! Das kann eure Mutter sein! Nehmt euch mal! Geht's aber mal gut hier! Hörst du euch! Hörst du euch! Hörst du euch! Hörst du euch! Wann geht die Brille verbunden? Hörst du doch da! Was soll das mit ihr? Hörst du euch nach unten? Hörst du euch! Hörst du euch! Hörst du euch! Hörst du euch! Die Leute schlagen auf einen. 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 Die Leute schlagen auf einen.